hallo flowgrader und ein fröhliches neues jahr ich bin max gotzler und begrüße dich hier vom wunderschönen eibsee und ja ich freue mich total hier an diesem tollen ordnet dir ins neue jahr zu starten ja 2020 ist endlich vorbei und ich muss sagen es hat mich auch an meine grenzen gebracht ich habe viel gelernt und bin auch immer wieder dahin gekommen dass ich hinterfragen musste so was mir eigentlich in meinem leben wichtig ist aber eine große errungenschaft jetzt in dem jahr ist dass ich gemerkt habe viele von den dingen die mir eigentlich sehr am herzen liegen wie zum beispiel der kontakt zu wichtigen menschen in meinem leben oder zeit verbringen mit der familie oder generell auch mal zu mir finden so mir stille gönnen und in die ruhe finden und einfach mal sachen sein lassen all diese dinge sind vorher so ein bisschen zu kurz gekommen ich war wie in so einem schnellzug des lebens und bin von einem projekt zum nächsten und dann am ende noch irgendwie die geschenke besorgen und dann noch irgendwie ein buch fertig schreiben und dann war dieses jahr auch schon wieder vorbei und jetzt diese aktuelle situation hat auch mich immer mal wieder dahin gebracht dass ich einfach das gefühl hatte ich kontrollverlust so ich kann irgendwie mein leben nicht mehr so leben wie es eben war und gleichzeitig haben sich dann spielräume aufgetan die ich gemerkt habe mir erlauben kreativ zu werden also okay das fitnesscenter hat zu ich nehme an der ein oder andere kennt das gefühl so okay jetzt kann ich ja gar nicht trainieren und man schiebt dann so ein bisschen die verantwortung auf die aktuelle situation so der politiker ist jetzt schuld dass ich nicht fit werden kann weil das fitnesscenter ist ja zu und gleichzeitig aber denke ich das ist das erste symptom einer opferrolle und wenn du das erkennst dann so schnell wie möglich da raus denn du bist kein opfer ich bin kein opfer und in uns steckt allen auch der held und jetzt in dieser lage müssen wir den wieder hervorholen denn es lohnt sich überhaupt nicht diese zufriedenheit dieses lebensglück in die hände von anderen zu geben warum würdest du jemanden anderen dafür verantwortlich machen wie es dir persönlich geht wenn du die chance hast dein eigenes glück in die eigenen hände zu nehmen genau das ist ja auch mein thema selbstbestimmte lebensqualität selbstbestimmte hochgefühle aus eigener kraft in den flow finden und ein wort das für mich hier ganz wichtig ist ist das thema selbstwirksamkeit das bedeutet in der psychologie die überzeugung mit schwierigen lebenssituationen aus eigener kraft ganz wichtig fertig werden zu können und welchen besseren test gibt es als diese aktuelle situation in der sich alles ändert in denen wir in ein leben geworfen werden das uns erstmal unbekannt ist und jetzt können wir lernen mit dieser situation umzugehen und dadurch das vertrauen gewinnen dass wir auch mit anderen schwierigen situationen sei es im geschäft oder im privatleben oder eben global in unserem kollektiv fertig werden können was für einen tolleren test gibt es als jetzt diese zeit das heißt für dieses neue jahr wünsche ich dir zum einen ein hohes maß an selbstwirksamkeit wenn du jetzt zum beispiel angenommen du bist fit werden du bist abnehmen der erste schritt in deine selbstwirksamkeit zu kommen ist dir kleine ziele zu setzen und diese nach und nach umzusetzen also zum beispiel zehn liegestütze am tag oder für mich war immer eine regel einmal am tag schwitzen also es heißt vier minuten tabata machen oder einfach nur auf der stelle laufen oder spaziergang der ein bisschen schneller ist ein bisschen anstrengender ist zu machen um einmal zu schwitzen das war die regel und nach und nach lernst du damit deinem unterbewusstsein dir zu vertrauen dass du dinge die du dir vornimmst auch in die realität bringst und damit steigert sich dein vertrauen in dich selbst und damit deine selbstwirksamkeit und dann kannst du die sachen die dir am herzen liegen nach und nach umsetzen und ein weiteres thema das ich dir nahe lege für das neue jahr 21 ist engagierte unbekümmertheit und das hängt auch zusammen weil ich habe gemerkt wenn du getrieben versuchst sachen umzusetzen und dann immer frustrierter wirst weil es einfach nicht so passiert wie du es dir wünschst weil eben einige dinge außerhalb deiner kontrolle liegen dann wird es anstrengend und dann leidet deine lebensqualität und engagierte unbekümmertheit bedeutet dass du dich jeden tag anstrengst und sagst ich setze jetzt die sachen in meinem leben um und ich will meine ziele erreichen aber wohlwissend dass nicht alles in deiner kontrolle liegt und hier kommt dann die unbekümmertheit denn wenn du dich den ganzen tag dann angestrengt hast dann sollst du abends ins bett gehen können lachen darüber dass es dir wieder nicht gelungen ist alles zu erreichen und das basiert auf einem buddhistischen konzept das genau das näher bringt also sich jeden tag anstrengen mit vollem engagement und dann abends ins bett gehen wohl wissend und lachen darüber dass du einfach die welt wieder nicht verändern konntest und das wünsche ich dir denn in dieser situation was bleibt uns anderes übrig als einfach das zu geben was wir können und es ist noch so viel möglich und mein appell an dich wenn es immer noch sachen zu tun gibt die du machen kannst um ein ziel in deinem leben zu erreichen dann bist du noch nicht fertig und wenn du alles gemacht hast dann sei zufrieden damit und jetzt wünsche ich dir einen tollen start in ein phänomenales in ein grandioses 2021 ich bin max gotzler go for flow ein 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 und ein